Heute seid ihr live dabei, wie wir eine Pop-Gesangsstunde hier in Witterhude im Kronskamp machen. Das sind die Ladies vom Pop-Gesang. Ich bin Schneier und ich bin 14 Jahre alt. Ich bin Elina und bin 11 Jahre alt. Ich heiße Kring An und bin 10 Jahre alt. Ich bin Clara und bin 9 Jahre alt. Ich bin 9 und ich bin 12 Jahre alt. Ich bin Clara und bin 10 Jahre alt. Ich bin Tanja Levy und ich bin süß und 18 Jahre alt. Ich bin ein bisschen älter, wird aber hier nicht verraten. Unsere Pop-Gesangsstunde findet immer von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Und heute schnuppert ihr rein. Bleibt dran. Dankeschön. Ganz ernst. Und jetzt mal ganz happy. Jetzt mal total traurig. Okay. Jetzt mal voll wütend. Ist es wütend? Natürlich nicht, ne? Nein, ich kann auch nicht. Das steht jetzt ganz groß. Hier haben wir Strombärchen. Daher habe ich meine Methoden. Strombärchen. Ich darf ja keine Werbung machen. Aber hier, ne? So, 50 Liederschnitte auf einmal, wenn die Töne nicht trifft. Ne? Das ist ja Stammeregierung. Sie sagt ja noch. Was? Wenn die Töne nicht trifft, muss hier, ne? Von nix kommt nix. Nicht um Ärmer. Ich schmitte. Okay. Und die, die unten sind, gehen bei Antworten, ähm, wo sind die Antworten drauf? Äh, ich. Golde, du musst nicht sagen. Nein, ich sage, äh, äh. Genau, ich muss noch etwas tun, wenn du noch mehr Entwurzst kriegst. Ich noch ein A, A, E, E, I, I, O, O, U. Okay. Do it. Do your homework. That's really, really important. Okay. Dann kann ich das spielen. So, so. So, so. 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 Und zi. So. Und zi. So. Und. So. Schöne, ich habe dich. Ja, und ja. Oh, Mando! 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 MangoooangoooangoooangoooAa Ah Yeah, 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 Yeah Oh, 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 oh. Love me like you do, la, la, love me like you do. Touch me like you do. Touch me, touch me, touch me. Would you say that I would say, yeah? Oh, oh, what are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is the only way I've got. I, only you can set my heart. I'm going to fight, I'm going to fight. Oh, 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 oh. There's nothing in strength. Die nächste Generation der Superstars, das sind meine Mäuse, ja, die sind gerade in der Gruppenarbeit und singen Love You Like To Do am Ende der Chart-Hits des Jahres, ja, und die neue Generation ist am Start, die sind alle am Werk. Hier sind die ganzen Zettel, wir sind voll von neuen Popsongs, immer neue Lieder, immer up to date, ja, das Beste vom Beste. Jetzt werden gerade die Texte eingeteilt, danach gibt es Präsentationen, also hier arbeiten wir auch choreografisch und das ist dann natürlich, wenn Sie auf der Bühne sind, komplett mit Mikrohund und Choreografie, super tollen Auftritt im Weg. Okay, jetzt, ja, das war's heute. Ihr wisst es, ihr geht zum nächsten Superstar-Casting, DSDS willkommen, oder zu The Voice, wer hat noch was zu The Voice zu gehen? Ich. Ja? Nächste Zeit. Oha. Nein, ich gehe jetzt. Wir machen mal was hierhin, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, ich gehe jetzt. Nein, ich gehe jetzt. Nein, ich gehe jetzt.